Willkommen zu einem neuen Tier. Willkommen zu Journey's End. Oh ja, ich freue mich, dass wir jetzt hier das Rolls-Playing führen. Dafür, dass es gerade eben um 13 Uhr angekommen ist und wahrscheinlich Android-Di Gaming um 20 Uhr oder so anfängt, dass wir mit uns streamen. Na, schau doch an dich jetzt. Jetzt kommen wir erstmal mit Katja Stimme an. Und da sind wir. In unserer neuen Welt. Mit den bewegenden Bäumen unserer... Bitte ist es... Schau. Und dann nimmst du das Kind. Es gab nicht den Bewegungen, weil Gott weiß, dass sie nicht mehr hat. Spannendstehungen. R&B-Kurssen. Warte. Warte. Warum so in die Hand her. Warte. Warte. Oh, oh. Ah, ups. ... ... ... Oh, oh. Und gut. Ah, da, 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 da! Ah, da, 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 da! So, wo man es? Aaaaah, da, 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 da! Ah, da, da, da! Ah, da, 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 da! Ich bin ein Zeug zum Zahra-Zahra-Zahra-Zahra-Zahra-Zahra-Zahra. Ich gehe jetzt nur mal für mich steck'mon hier. Was? Was? Da noch nicht. Ich weiß nicht wirklich, was praktisch ist, aber ich denke, ich bin einfach mal reich das. Ich bin noch Zeit, dann können wir auch weiter. Ich würde mal gehen. So. Jetzt haben wir es runter. Jetzt haben wir uns runter. Ja. Ja. Jetzt kommt ein. Ja. Das ist ja jedenfalls für ein Kerl-Feind. Das ist die Dose, die das einfach geht direkt mitten. Das ist ja auch so schnell. Mama! Einfach mit der Bettkinelle! Oh, aber ich denke, man hat das schon immer noch mal gesehen. Waaahhh! Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht abschüllen soll. Mal gucken, ob ich das... schön ausfüllen kann. Ne, ich mach das auch. Und was an der gleichen Stelle. Bist du schon? So. So. So müssen wir auch die Stelle wieder hinbekommen. Oh, ich muss das hier hinbekommen. Ich muss das hier hinbekommen. Ich muss das hier hinbekommen. Wow, die ich so lebe! Kacke! Ich bin ja so lebe! Ja, die sind schon einими. Amitant! Ich bin schon in der Nähe der Zentren. Ich bin schon in der Nähe der Stai. Hier ist die ZD die ZD? Und sie sind jetzt in der Börse. Ja, wieder drinnen und zu den Wetter. Der ist mehr und weniger dafür. Die Staubergemergerde ist ja so viele, wie ich das erwähnt. Das ist schon ein eigenes G días. Wie ist das? Ja, ich bin dann nicht der Staubergemer. oh 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 die Spiker das ist wirklich so eine alte Musiker aber von Hum des des dem im . 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 Perfekt, süßge Parfait. Gut, perfekt. Und Regeneration. Ah, besser ist nichts. Gut. 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 Perfekt. Oh, das ist ja alles. Wurde ich noch jemanden? Trotzdem ist alles schön schön. Ich hätte noch irgendwelchen Regeln genommen. Ich hätte noch einen Xenon. Na, darüber werde ich nicht reden. Man sieht auch schon hier den Timing aus. Machen wir jetzt so ein paar Holzklappen. So, ah, Dirtbomb. Ich brauche jetzt meine Holzklappe. So, hier. Bevor noch einer reinfällt, wie ich. Okay. Okay. So. Nice. Eine Torsche. So. 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 So ist er der Name. Nein. Jetzt geht's durch die Eingrückung Sofas. Die nächste Nacht. So, der Halt wurde. Hier ist noch gar das letzte Wendel. Was ist der Armbrust? Komm, da ist vielleicht irgendwo ein Dschungel, aber wo genau? Was ist noch das schon mal? Obwohl, bekommt man noch was auf Faden? Na, Charterfaden, wissen wir nicht. Superhero? Der Fisch? 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 Bombe, Feanderbomb, Scalibomb, Dirtbomb. Das ist. Ha, stimmt, wir haben uns einen toll verschmandet. Aber wir könnten eine Fancy Picknick Table machen. Da ist aber nochmal einiges ab. Das war da super jetzt, wenn wir die Pätschirer bekommen. Ah, warte. Oh, das Sägewerk. So, ich denke so, es ist soweit wir erst, wenn wir so haben. Ich weiß gar nicht, ob wir so sind. Das ist jetzt, ich freue mich auf die Idee. Ich weiß nicht, wenn ich schon nicht. Das hältst du nicht. Cool. Hände rund. Ich weiß nicht, ob ich schon alleine bin. Ja. Aber ansonsten... Nein. I'm about a one. Tschüss.